Hallo und herzlich willkommen in der Liebable. Wie schön, dass du mit dabei bist. Heute lesen wir ein herzerwärmendes Märchen über ein Wichtelmännchen und einen Höker. Ich bin gespannt, wie dir es gefällt und wenn du keines meiner nächsten Hörbücher mehr verpassen willst, klick einfach noch schneller abonieren. Und dann würde ich sagen, mach es dir richtig schön gemütlich und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Das Wichtelmännchen und der Höker Es war einmal ein richtiger Student. Er wohnte in der Dachkammer und besaß nichts. Und es war ein richtiger Höker. Er wohnte im Parterre und besaß das ganze Haus. Und zu ihm hielt sich das Wichtelmännchen, denn hier bekam es jeden Weihnachtsabend seine Schüsselgrütze mit einem großen Klumpen Butter darin. Das konnte der Höker geben. Und das Wichtelmännchen blieb im Laden und das war immer recht lehrreich. Eines Tages kam der Student durch die Hintertür, um in eigener Person sein Licht und seinen Käse einzukaufen. Er hatte niemanden zum Schicken und ging deshalb selbst. Er bekam, was er verlangte, er bezahlte es und der Höker und seine Frau nickten ihm guten Abend zu. Das war eine Frau, die mehr konnte als nicken. Sie hatte Redegaben. Und der Student nickte auch, blieb aber stehen und las ganz vertieft in dem Blatt Papier, das um den Käse gewickelt war. Es war ein Blatt aus einem alten Buch gerissen, das nicht hätte in Stücke zerrissen werden dürfen, denn es war ein altes Buch voller Poesie. »Da liegt noch mehr davon«, sagte der Höker. »Ich gab einer alten Frau ein paar Kaffeebohnen dafür. Wenn Sie mir dafür acht Schilling geben wollen, sollen Sie den Rest haben.« »Schönen Dank«, sagte der Student, »geben Sie es mir anstelle des Käse. Ich kann heute Abend unbelegtes Butterbrot essen. Es wäre ja sündhaft, wenn das ganze Buch in zwei gerissen werden sollte. Sie sind ein prächtiger Mann, ein praktischer Mann, aber auf Poesie verstehen Sie sich nicht mehr als diese Bütte hier.« »Das war unartig gesagt, besonders gegen die Bütte.« Doch der Höker lachte und der Student lachte, denn es war ja halb im Scherze gesagt. Aber das Wichtelmännchen ärgerte sich, dass man solche Dinge einem Höker sagen durfte, der Hauswirt war und die beste Butter verkaufte. Als es Nacht wurde, der Laden geschlossen und alle zu Bette gegangen waren, bis auf den Studenten, ging das Wichtelmännchen hinein und nahm das Maulwerk der Hökersfrau. Sie brauchte es ja nicht, während sie schlief. Wo in der Stube er es auf einen Gegenstand setzte, bekam dieser Sprache und konnte seine Gedanken und Gefühle ebenso gut aussprechen wie die Frau. Aber nicht mehr als einer konnte es auf einmal haben, und das war ein Segen, denn sonst hätten sie sich gegenseitig übers Maul gefahren. Nun setzte das Wichtelmännchen das Maulwerk auf die Bütte, worin die alten Zeitungen lagen, und es sagte, »Ist das wirklich wahr, dass Sie nicht wissen, was Poesie ist?« »Ja, das weiß ich«, sagte die Bütte, »das ist so etwas, was in den Zeitungen unter dem Strich steht und ausgeschnitten wird. Ich glaube, dass ich mehr davon in mir habe als der Student, und doch bin ich nur eine geringe Bütte beim Höker.« Und das Wichtelmännchen setzte das Maulwerk auf die Kaffeemühle. Nein, wie es bei ihr ging. Und er setzte es auf das Butterfässchen und die Geldschublade. Alle waren derselben Meinung wie die Bütte. Und worüber die meisten sich einig sind, das muss man respektieren. »Nun soll es der Student haben.« Und damit ging das Wichtelmännchen ganz leise die Hintertreppe hinauf, bis an die Dachkammer, wo der Student wohnte. Es war Licht drin, und das Wichtelmännchen guckte durch das Schlüsselloch und sah, dass der Student in dem zerfetzten Buche von unten las. Aber wie hell es da drin war! Aus dem Buche drang ein leuchtender Strahl hervor. Er wurde zu einem Stamm, einem mächtigen Baum, der sich hoch erhob und seine Zweige weit über den Studenten hinbreitete. Jedes Blatt war frisch und jede Blüte ein schönes Mädchenantlitz, mit Augen so dunkel und strahlend und anderen blau und klar. Jede Frucht war ein leuchtender Stern und in den Zweigen sang und klang es so herrlich und so wundersam. Nein, solche Herrlichkeit hätte sich das kleine Wichtelmännchen niemals träumen lassen. Niemals hatte es Ähnliches vernommen, und so blieb es auf den Zehenspitzen stehen und guckte und guckte, bis das Licht drin ausging. Der Student blies wohl seine Lampe aus und ging zu Bett, aber der kleine Wichtel stand noch immer da, denn der Gesang ertönte weiter und war so sanft und liebevoll wie ein Schlummerlied für den Studenten, der sich zur Ruhe legte. Ja, ist es unsagbar schön, sagte der kleine Wichtel. Das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, ich werde bei dem Studenten bleiben. Und er dachte darüber nach, dachte ganz vernünftig nach. Dann seufzte er. Mäh, ach, der Student hat keine Grütze. Und dann ging er, ja, dann ging er wieder hinab zu dem Höker. Und es war gut, dass er kam, denn die Bütter hatte das Maulwerk der Frau beinahe verbraucht, indem sie alles, was sie in sich aufgespeichert hatte, von der einen Seite von sich gab. Und sie war gerade im Begriff, sich umzudrehen, und es von der anderen Seite auch noch von sich zu geben, als das Wichtelmännchen kam und das Maulwerk wieder der Frau aufsetzte. Der ganze Laden jedoch, von der Geldschublade bis zum Brennholz hinab, richtete seit dieser Zeit seine Meinung nach der Bütte und achtete sie in einem solchen Grade und traute ihr so viel zu, dass von nun an, wenn der Höker in seiner Zeitung die Kunst- und Theatermitteilungen las, sie glaubten, dass sie von der Bütte herrührten. Doch das kleine Wichtelmännchen saß nicht länger ruhig und lauschte all der Weisheit und dem Verstande hier unten, nein, sobald das Licht aus der Bodenkammer schimmerte, war es gerade, als seien die Lichtstrahlen in ein starkes Ankertau, das ihn hinaufzog. Und er musste laufen und durch das Schlüsselloch gucken und dort umbrauste ihn dann eine Größe, wie wir sie am rollenden Meere fühlen, wenn Gott im Sturme darüber hingeht, und er brach in Tränen aus. Er wusste selbst nicht, weshalb er weinte, aber es waren so wohltuende Tränen. Wie unvergleichlich schön musste es sein, mit dem Studenten unter dem Baume zu sitzen. Aber es sollte nicht sein, er war ja auch schon froh am Schlüsselloche. Dort stand er noch auf dem Gange, als der Herbstwind zu den Bodenluken hereinblies. Und es war so kalt, so kalt, aber das fühlte der Kleine erst, wenn das Licht drinnen in der Dachkammer ausging und die Töne im Winde ersterben. Och, dann froh er und er kroch wieder hinunter, hinunter in den Laden des Krämers. Ja, er kroch in sein warmes Eckchen, dort war es angenehm und behaglich. Und als die Weihnachtsgrütze mit einem großen Klumpen Butter kam, ja, da war der Höker Meister. Aber mitten in der Nacht erwachte das Wichtelmännchen durch ein fürchterliches Gepolter an den Fensterläden. Die Leute donnerten von draußen dagegen, der Wächter Pfiffes war eine große Feuersbrunst. Die ganze Straße glühte lichterloh. War es hier im Hause? Oder bei den Nachbarn? Wo? Das war ein Entsetzen! Die Hökersfrau war so bestürzt, dass sie ihre goldenen Ohrringe aus den Ohren nahm und sie in die Tasche steckte, um doch etwas zu retten. Der Höker lief zu seinen Obligationen und das Dienstmädchen nach seiner Seidenmantelle, die zu kaufen ihr kürzlich ihre Mittel gestattet hatten. Jeder wollte das Beste retten und das wollte auch der kleine Wichtel. In ein paar Sprüngen war er die Treppe hinauf und beim Studenten drin, der ganz ruhig am offenen Fenster stand und auf das Feuer herabsah, das im gegenüberliegenden Hause ausgebrochen war. Der kleine Wichtel griff nach dem wunderbaren Buch auf den Tisch, steckte es in seine rote Kappe und hielt es mit beiden Händen fest. Des Hauses bester Schatz war gerettet. Und dann rannte er davon, aufs Dach und ganz oben auf den Schornstein hinauf. Und dort saß er dann, von dem brennenden Hause gegenüber beleuchtet und beide Hände fest um seine rote Kappe gepresst, worin der Schatz lag. Nun erkannte er sein innerstes Herz und wem er eigentlich zugehörte. Als jedoch später das Feuer gelöscht war und er seine Besinnung wiederfand, ja, da sagte er, ich will mich zwischen sie teilen. Ich kann mich von dem Höker nicht ganz los sagen, wegen der Krütze. Und das war ja auch ganz menschlich. Wir anderen gehen ja auch zum Höker. Wegen der Krütze. Das war das Märchen vom Wichtelmännchen und dem Höker. Wenn's dir gefallen hat und du meinen Kanal unterstützen willst, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.